Moin und Mel ihr Lieben. Ja, Rainerle ist sehr aktiv zurzeit. Er haut Streams raus, er haut TikTok Videos raus, er haut Videos auf Odyssee raus. Wir haben uns ja das tolle, der Anfang vom Ende meines Lebens angeschaut. Tatsächlich weiß ich jetzt auch, dass dieses Video auf Odyssee erschienen ist, auf seinem Odyssee Account, in dem er wieder mal schwafelt, dass er obdachlos ist, die alle anderen sind schuld und dass er ja dann draußen schlafen muss. Interessanterweise ist er dann, ja, wenige Zeit später, an dem 22. August, war es ja in diesem Sternehotel gefunden worden, für 100 Euro die Nacht. Ja, soviel dazu, dass er draußen geschlafen hat. Jetzt hat er aber nochmal ein TikTok Video gemacht, gestern. Ich suche eine Frau für Kinder machen XP. Das schauen wir uns gleich an. Das geht auch nicht so lange. Und dann gab es einen Stream. Rainerle hat auf TikTok live gestreamt. Ich bin mal gespannt. Der letzte TikTok Stream, der ist ja auch noch gar nicht so lange her. Da saß er ja auf der Bank vor der PINEA abends oder nachts. 22 Uhr, glaube ich, war es. Und wusste da auch irgendwie nicht so weiter und hat natürlich wie immer allen anderen die Schuld gegeben. Weil Rainerle ist nie schuld. Überhaupt nicht. In gar keiner Weise. Also, genug der langen Vorreden. Schauen wir uns erst das TikTok Video an, würde ich sagen, von gestern, dem 8. Das geht ganz fix. Moment. So, da ist es. So, mal wieder ein Video auf TikTok. Mein letztes Video ist ja irgendwie gar nicht so gut gegangen. Leider. Ja, war das. Letzte Video war mit dem, ähm, na, mit dem Tattoo. Richtig? Ich glaube ja, ne? Dass du einfach mal so ein Tattoo dir hast stechen lassen und dann im nächsten Video, äh, beziehungsweise im Stream dann rumjammest, dass du kein Geld hast und mittellos bist und dass dir keiner hilft. Wie hängt das denn zusammen? Sich so ein teures Tattoo zu stechen und dann sagen, ja, ich hab ja gar kein Geld. Schauen wir mal. Ähm, ja. Ich suche aktuell eine Frau, mit der ich... Aktuell stimmt nicht, Rainerle. Du suchst immer eine Frau, aber auch wirklich immer und jederzeit. Auch wenn du gerade irgendwo ein anderes Pärchen hast, suchst du immer weiter. Ne? Wissen wir, es gibt genug Leaks. Ein, zwei, die ich auch für drei Kinder machen kann. Bei Interesse einfach mal melden. Herzlich willkommen. Unfassbar. Wie fernab der Realität kann man eigentlich noch sein? Dieser Mensch hier, der jammert rum in mehreren Videos, in mehreren Streams, dass ihm keiner hilft. Und dann macht er so ein TikTok-Video, in dem er jetzt eine Frau sucht für Kinder machen. Also die kann man nur noch einweisen, diesen Menschen. Spinnen wir mal durch. Also, Rainerle, was willst du denn dieser Frau bieten? Du hast ja nichts. Du hast kein Heim, sagst du ja selber. Wo sollen denn diese Kinder wohnen oder großgezogen werden? Was kannst du denen bieten? Gar nichts. Du 230 Kilo Mensch. Mensch, ey. Unfassbar. Okay. Oh, sorry. Wir machen weiter. Würde ich sagen, mit dem Stream. Der läuft bei den Anti-Mobbing-Guys. 16 Sekunden sind wir jetzt im Video drin. Da geht es nämlich los. Ich habe tatsächlich noch gar nichts davon gesehen. Ich konnte es gestern leider nicht live verfolgen. Leider, leider, leider. Da war ich unterwegs. Und habe mir das bis jetzt aufgespart. Also, auf geht's. Ah, ein Drache läuft Video. Beziehungsweise ein Drache schnauft Video. Ist das der ganze Stream? Rainerle sagt absolut nichts. Rainerle schnauft. Und es ist ein bisschen windig. Und der ist mit dem Headset unterwegs. Kann gleich losgehen. Ach so, kann gleich losgehen. Ja. Gut, man hätte ja auch später starten können, wenn man schon da ist, wo man hin wollte. Aber warum nicht? Dann sehen wir uns jetzt Rainerle von unten an, wie immer. In einem kleinen Drache läuft Video. Mit dem Schnauforchester. Toll. Übrigens, Tee, ne? Heute wieder. Schwarztee mit Ananas. Also, falls ihr euch wundert, unten rechts steht 58 Euro. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Das stimmt nicht. Hier ist, glaube ich, eine gute Stelle. Also. Erstmal vielen Dank für die Unterstützung. Äh, nee Rainer. Medal erstmal hätte ich gesagt gehabt, ne? Meine Güte, Rainer. Du siehst aber auch, also, das ist nur noch ein Kreis hier bald. Und so teigig, wie du aussiehst. Unfassbar. Es ist aus wie dieser Marshmallow-Mann. Naja, nicht der Marshmallow-Mann. Wie heißt der nochmal? Von Knack und Back. Dieses, dieses komische, weiße Brötchen da. Genauso siehst du aus. Okay. Und jetzt? Schnauf. Du siehst gut aus. Nee. Eigentlich finde ich, ich sehe total scheiße aus. Naja, gut, Rainer. Das ist der Narzisst, der allem widersprechen muss, egal, was der andere sagt. Hätte er gesagt, Rainer, du siehst scheiße aus. Hätte er gesagt, nee, guck mal, wie ich das und das mache. Obwohl, naja, gut, nee. Manchmal sagt er ja auch, manchmal sagt er ja auch, ja, das stimmt. Um zu beweisen, dass er selbst Ironie hat, hat er natürlich nicht. Also, also, was gibt es zu sagen? Es ist jetzt eine, ich hoffe, man hört mich gut. Es ist jetzt relativ lange her, dass ich das letzte Mal gestreamt habe. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, zwei Wochen, oder? Ich muss mal gucken, wann der letzte Parkbank-Stream gekommen ist. Moment. Ja, tatsächlich zwei Wochen. 23. September hast du gestreamt das letzte Mal. Ich glaube, fast zwei Wochen. Richtig. Ich habe auf Odyssey jetzt einen neuen Kanal aufgemacht, da habe ich jetzt das erste Mal ein Video hochgeladen, nennt sich Mein Leben auf der Straße. Dein Blütenfeuerwerk auf der Straße nennst du das, aber gut. War das erste Video, was ich mit dem Handy aufgenommen habe, als ich unterwegs, als ich aktiv unterwegs war und das auch aktiv aufgenommen habe. Nein, das erste Video war ja eher dieses Ich bin jetzt weg. Die Hater haben mich da wieder rausgeekelt irgendwo und ich bin jetzt zwei Wochen weg. Das war, glaube ich, das erste Auf-der-Straße-Video. Aber du warst, meine Güte, du warst ja nicht wirklich auf der Straße. Wir wissen ja, du hast danach im Hotel genächtigt. Das ist aus dem August. Im Prinzip ist es jetzt so, dass ich mehrere solche Videos habe. Nicht jeden Tag, aber mehr solcher Battle-Videos beziehungsweise erhoffst du dir ja dadurch Mitleid zu generieren und Mitleidsbarren und dass dir da irgendwelche Leute helfen sollen. Mehrere in der Woche und ich weiß noch nicht, ob ich die alle hochladen soll, weil man dann sage ich etwas, entweder ich muss es rausschneiden oder mich verändern oder so. Mich verändern? Okay, Reinharder. Beleidigst du da ein paar Leute? Oder was Kontroverses sagst du denn da? Selbst wenn, also wenn Reinharder schon sagt, dass er da was Kontroverses sagt, das würde ich mir ja doch dann schon ganz gerne mal anhören. Ähm, genau. Ja, wobei, also noch niedriger in meiner, in meinem Ansehen kann er ja gar nicht sinken. Er ist ja schon ganz unten. Obwohl, obwohl, es war ja so ein Satz, man denkt immer, Reinharder ist wirklich ganz unten angekommen. Reinharder hat schon wirklich alles gesagt, um Leute zu verärgern und dann setzt er da irgendwie immer noch eine Schippe drauf. Alles, wenigstens eine Sache. Ja, auf jeden Fall ist es so, ähm, dass er wirklich viel los ist aktuell. Ich habe, äh, keine Unterkunft nach wie vor. Gemeinde und Landratsamt, äh, streiten sich immer noch darum, wer am wenigsten machen will. Ach, wer am wenigsten machen will, ja. Ähm, ich glaube, du bist ganz vorne mit dabei in diesem Streit, ne. Wer am wenigsten machen will. Denn irgendwie machst du ja so gar nichts. Wirklich, gar nichts. Ich denke immer nicht, dass du dich um irgendetwas gekümmert hast. Dass du da irgendwie mal, ja, Bewerbungen geschrieben hast. Dass du da mal wirklich aktiv irgendwelche Wohnungseigentümer angeschrieben hast oder angerufen hast. Oder dass du da mal in irgendwelche Hilfsorganisationen gestiefelt bist und gefragt hast, hier, könntet ihr vielleicht, ne, Geld habe ich ja, sagst du ja immer wieder, du hast Geld. Also von daher sollte das ja nicht das Problem sein. Aber du willst dir ja immer nur helfen lassen. Beziehungsweise du willst, du willst dir nicht helfen lassen, du willst, dass andere die Arbeit für dich erledigen. So rum. Und wenn dir jemand wirklich mal Hilfe anbietet und sagt, okay, machen wir. Kriegen wir hin, Rainer, aber du musst auch etwas dafür tun. Dann, äh, Pustekuchen. Bist du aber mal sowas von ganz schnell weg. Oder beleidigt. Es ist auf jeden Fall so, äh, was soll. Äh, und, ich hatte jetzt aufgerunden, mhm, hast du jetzt wieder aufgestanden. Geht's jetzt weiter, mit Drache läuft. Mh, okay. Und meine, meine Situation etwas Geld, ähm, mhm, wieder. Das hat sich jetzt dann so ergeben gehabt. Ja, wissen wir, Reinhard, Geld ist nicht das Problem, hast du öfter gesagt. Ähm, das Problem war jetzt allerdings, na, übrigens, äh, ne, ich hab's schon so oft gesagt, in Videos, in Streams, auf YouTube, auf TikTok, auf TikTok, Das, was ich mache, ja. Oh, das kann man ausschalten, bla, 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 Reinhard. Ist alles im Internet, das kann jeder ein- und ausschalten, wie er möchte. Ja. Ja. Und jemand ist dazu gezwungen. Ja, Rainer, merkst du denn auch nicht, dass das nicht zieht? Ne, dass dieses Argument einfach nicht zieht. Es ist halt trotzdem da und die Leute schauen es sich an. Ne, und du belügst und betrügst die Leute. Und das kann man nicht so einfach stehen lassen, oder man? Man muss es ja nicht so einfach stehen lassen. Das ist hier ja auch nur meine Meinung, die ich vertrete. Das sagst du ja auch immer so gerne. Aber die Hater randalieren. Randalieren. Okay, da ist halt das Schild beschmiert. Bin ich jetzt auch kein Fan von, Rainer. Aber warst du mal in einer größeren Stadt? Hast du mal gesehen, wie da teilweise Schilder aussehen? Und dieses Schild, das kann man ja auch jetzt, nachdem du der ja eigentlich weggezogen bist, könnte man das ja theoretisch ersetzen. Diesen Wanderweg, dieses Wanderwegsschild. Hat die Gemeinde aber irgendwie auch keinen Bock drauf. Wie die Sau. Ja, also das sind wirklich auch Hater gewesen. Mal abgesehen von den Aufklebern. Auch die Bank. Ja. Ne? Also es ist schon... Der Anfang vom Pilgerweg, das kenne ich doch. Na schön, dass du deine Position wieder preisgibst im Internet, Rainerle. Ich glaube sogar, das ist gewollt. Also ich gehe fast davon aus, Rainerle hat diesen Punkt da nicht ohne Grund gewählt. Den werden sehr, sehr viele, wenn nicht alle Hater kennen. Diese, diesen Pilgerwegspfad Anfang. Ähm. Und ich denke mal, das ist so ähnlich, wie bei, wo er gesagt hat, wo er ist, nämlich vor der Pinea, in dem einen Stream. Er hoffte sich ganz einfach, dass die Hater kommen und ihn belästigen. Im Livestream. Beziehungsweise in einem Video dann. So dass er das wahrscheinlich, entweder der Polizei oder dann, ja, dem Landratsamt oder was weiß ich, was in seinem Kopf vorgeht, zeigen kann und sagen kann, beziehungsweise auch den anderen zeigen und sagen kann, hier schaut mal, ich bin das arme Mobbingopfer. Ich werde hier die ganze Zeit nur verfolgt, gequält und belästigt. Sind wir mal gespannt, Reinerle, ob da wirklich so viel Belästigung bei rumkommt. Schon hart asozial. Und dann sagen die Leute halt immer, ich bin der Assi. Bist du ja auch. Und machen sowas. Ja, Reinerle, klar gibt es solche Leute auch, aber wie gesagt, warst du schon mal in einer Großstadt, in Nürnberg, da gibt es sicherlich auch so ein paar Sprayer, die da so ein, ja so ein Schild verschandelt haben. Meine Güte. Und das kann man ja auch austauschen, dieses Schild. Ist jetzt nicht schön, aber es geht ja nicht in die Unsummen und in die Millionen da. Na? Vielen Dank. Für was? Ich weiß halt beim besten Willen auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich habe mir auch ehrlich gesagt gar keine Überlegung getätigt, was ich eigentlich überhaupt vorhabe. Diesen Satz kannst du dir eigentlich so auf ein T-Shirt drucken. Oder dir irgendwo auch noch tätowieren lassen. weil das ist wirklich dein Satz des Lebens. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Schon seit x Jahren ist das quasi dein Lebensmotto. Ich möchte mal kurz auf den letzten Livestream eingehen, denn ich Gott, dieses Gebiss, ey. Ich hatte. Im letzten Livestream war ich ja auch auf einer Bank gesessen, in der Nähe. Mein Güte rein. Geh doch mal zum Zahnarzt. Von der Polizei Neustadt Aisch. Danke für die Unterstützung. Und damals war es auch so. Du scheiße, Mann. Ist das schon wieder so, dass da jetzt diese ganzen Cappies und alles eingefügt werden? Mal sehen, wann der Cowboy Rainer wiederkommt. Dass ich sehr verzweifelt war und aus der Situation heraus, dass ich ergeben hatte, dass ich keine Unterkunft hatte. Ja. Ich hatte dann eine Unterkunft gefunden aber diese Unterkunft wurde dann am gleichen Tag oder am Tag darauf noch gelegt. Die Unterkunft danach auch. Was bedeutet, dass wieder mehrere Lieferservice verlustig gemacht haben, mehrere Hotels verlustig gemacht haben? Weiß ich nicht. Ob das mit den Lieferservices stimmt, weiß ich tatsächlich. nicht. Ist mir nicht so aufgefallen. Aber ja, wäre ja nicht das erste Mal von mir aus, kann sein. Das hat der Code-Mieders-Effekt. Beziehungsweise du hinterlässt verbrannte Erde überall. Und mehrere Situationen entstanden sind, weil da wirklich sehr viel Verlust entstanden ist. Ja, ja, Unsummen. Also 100.000 Euro mindestens irgendwo. Weil du irgendwo ein Zimmer gemietet hattest. War dieses Hotel dann dem Ruin nah. Und Lieferservice, ja. Die haben was? Fünf Pizzen verloren? Ist nicht schön. Kann ich nicht so nachvollziehen, aber lässt sich irgendwie wohl nicht verhindern. Jetzt ist die Situation, die, wir haben wieder mal eine Menge an Verlusten, eine Menge an werden. Rainer, du hast überhaupt kein Verlust. Beziehungsweise ja, also du kannst halt nicht in diesen Hotels schlafen, aber du bist ja nicht derjenige, der da die die Kosten hatte. Leuten, die unter dem Ganzen leiden, ich meine eine Dienstleistung wie ein Hotel, was dann ja im Prinzip dadurch, dass es eben ein Hotel ist und eine Dienstleistung dann einfach ein Verlustgeschäft einfällt, einfach nur weil die einen Gast aufnehmen, ganz normal wie jeden anderen und nö Rainer, ich denke nicht, dass die ein sehr großes Verlustgeschäft geführt haben da. Du hast ja das Zimmer in der Regel immer bezahlt und hast das Geld meistens nicht zurückbekommen außer halt, ja gut, das Hotel ist halt kulant und setzt sich und gibt dir dann das Geld zurück für die nicht genutzten Nächte. Du hast ja gesagt, ein Hotel hast du für eine Nacht nutzen können, also ja, dann soll dich wahrscheinlich dann danach rausgeschmissen, aber im Grunde hast du es ja bezahlt, also von daher ist denen das relativ egal. Anders wollte dich ja nie behandelt werden als wie jeder andere. Achso, ja. Ich bin also da sogar im Dampfbad und in der Sauna, weil es ein richtig schönes Hotel war, das war ein richtig cooles Hotel, war auch gar nicht so teuer, sollte man jetzt meinen, oh ja, Dampfbad und Sauna und Schwimmbad, du hast unter Garantie 200 Euro für das Hotel gezahlt die Nacht. Nö, gar nicht, 65 Euro waren das für eine Nacht, Ja, kann sein. Es war wahrscheinlich mitten in der Woche irgendwie, dann Mittwochs oder Dienstags, wo halt die Auslastung des Hotels nicht so hoch ist. Dann kann man halt auch mal so ein relatives Schnäppchen machen, ne, bei einem Hotel. Kommt immer ein bisschen drauf an, wenn da halt keine Ferien sind. Was billiger ist als bei vielen anderen Hotels, in denen ich war, war ein Vier-Sterne-Hotel, war richtig cool, war richtig schön, wäre ich auch gerne wieder hingegangen. Ich verstehe nicht, warum du da in diesem Umkreis von Emskirchen bleibst. Warum du nicht irgendwo hinfährst, wo dich keine Sau kennt. Ist doch klar, dass die Leute dich da sehen. Fahr doch mal lieber irgendwo hin nach Sachsen oder was weiß ich was. Oder hier ins Saarland, in die Staaten quasi. Aber raus da, raus aus Emskirchen als Schauerberg. Mensch. Aber gut, wahrscheinlich, weil du da halt die Leute kennst, weil Marion da immer noch ist, die dir ja immer noch in irgendeiner Form und Weise weiterhilft. Ich schätze mal, die wird auch sich so um deine Klamotten kümmern. Denn interessanterweise, wer wäscht rein und lässt Klamotten? Er selber. Ich denke, schätze mal, das wird eine gewisse Bau aus als Schauerberg machen. Gehe ich von aus. Oder er läuft halt immer noch in diesen Siff-Klamotten die ganze Zeit rum. Abgesehen davon, dass der Preis wahrscheinlich nur ein Zufall war in dem Fall. Aber Zufall. Ich wäre gerne mehrere Tage geblieben, auch weil es einfach eine schöne Gegend ist und so. Und ich würde auch gerne rumlaufen und mehr Videos und mehr Streams machen. Mach doch. Machst du doch gerade. Machst du doch gerade. Was ist los? Rainer, hey. Keinen Moment. Was ist los? Okay. Rainer, lass die Leute in Ruhe. Entschuldigt. Ja, also ich würde gerne mehr Videos und mehr Streams machen, aber ich kann nach wie vor halt nichts machen. So. Was ist der Grund? Ich habe es beim letzten Mal schon angesprochen, im letzten Stream. Was ist der Grund dafür, warum ich jetzt immer noch gehatet werde? Die Hater haben ja eigentlich Warum? Weil deine ganzen Aussagen nicht von heute auf morgen weg sind, Rainerle. Du hast ja wirklich jahrelang dir diese Hater-Community aufgebaut. Es ist nicht einfach so von heute auf morgen weg. Da musst du schon mal ein halbes Jahr weg sein aus dem Internet, dass sich das ein bisschen beruhigt. Oder halt gar nicht mehr im Internet sein. Und selbst wenn du dann wiederkommen würdest, nach einem halben Jahr, sagen wir jetzt mal, dann wären da auf jeden Fall wieder die Leute am Start. Das wird sich nie ändern. Du hast wirklich alles dafür getan, so gehasst zu werden. Und hier erinnere nur noch mal an die Wien-Aussagen, die der heilige Ofenkäse noch mal aufgearbeitet hat. Oder auch die ganzen Discord-Aufnahmen, die wir uns ja in letzter Zeit angehört haben. Wie freundlich du da immer zu den Menschen gewesen bist. Eigentlich sollte man meinen, erreicht, was sie erreichen wollten. Ich bin jetzt für etwa sechs Wochen weg gewesen aus dem Internet. Ja, sechs Wochen ist gar nichts. Das ist überhaupt nichts, Rainerle. Du bist ja aber auch wieder da. Merkst du das selber? Du warst ja auch schon damals so. Du warst ja auch schon in den Jahren davor immer mal wieder ganz kurz weg. Für ein, zwei Monate oder ähnliches, nachdem du dein Ende angekündigt hattest. Vor zwei Jahren, 2020, das letzte Mal. Oder? Ich glaube, 2020 war es das letzte Mal. Ende. Nee, Quatsch, gar nicht wahr. 2021 hat er ja auch sein Ende schon mal angekündigt. Aber 2020 ist mir jetzt gerade eingefallen, weil wir das ja als Discord-League durchgehen. Und da hattest du dein Ende angekündigt. Und du sagst, es passiert einfach nichts mehr. Ich mache hier nichts mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ne, scheiß Hater, bla, bla, bla. Und dann, wie lange hat das gehalten? Auch in ein paar Wochen. Und dann warst du wieder da mit der Qualitätsoffensive Dragon Monday, Drachenlord und Radl-Videos. Ich habe keine Videos gemacht. Ich habe keine Streams gemacht. Ich habe nicht mal mehr meinen YouTube-Account für seit fast sechs Wochen, sieben Wochen. Ähm... Ne, Rainer, du hast... Deinen YouTube-Account hast du nicht mehr. Stimmt. Aber du könntest, wenn du... Also, wenn du woll... Wenn du... Wenn du könntest, würdest du weiterhin YouTube machen. Da geh mal von aus. Kannst nur nicht. Das ist ein großer und feiner Unterschied. Man sollte meinen, sie haben gewonnen. Ja, das behaupten sie ja jedenfalls immer. Haben wir auch. Also, wenn sie gewonnen haben... Also, wir. Die Hater. Alle. Das Kollektiv, die Hater, hat gewonnen. Leider. Warum gehen sie immer noch auf mich los? Warum machen sie... Ja, Rainer. Wie gesagt. Es ist ja nicht sofort weg. Deine ganzen Aussagen. Und du machst ja auch immer noch weiter. Du machst ja weiter. Man sieht es doch. Also, was willst du eigentlich? Das ist ihr Ziel nach wie vor. Weil ich ja aufgehört habe, keine Videos mehr machen konnte, keine Streams mehr machen konnte, keinen YouTube-Kanal mehr habe. Alles widerrechtlich gesperrt wurde. Naja. Aber das war ja auch auf TikTok da. Das war ja auch auf... Dankeschön. Ähm... Aber dass es widerrechtlich gesperrt wurde, wurde ja auch auf Twitter mehrfach widerrechtlich gesperrt. Ich hatte sogar mal einen Facebook-Account, den ich extra für YouTube angelegt hatte, der auch widerrechtlich gesperrt wurde und so weiter. Ja, das, äh, stimmt, glaube ich, sogar, dass Facebook ihn da widerrechtlich gesperrt hat. Hm. Aber gut, meine Güte. Facebook. Facebook. Was willst du da? Und Twitter. Da kannst du ja jetzt auch kein großes Geld verdienen, rein alle. Einfach, weil es zu viele Leute gegeben hat, die das gemeldet haben. Hm. Aber was ist letzten Endes der Grund? Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung, Leute. Letzten Endes... Ähm... Was ist wieder... Jetzt letzten Endes der Grund, warum es nicht aufhört? Ähm, warum? Weil du nicht aufhörst. Man sieht das ja. Du hörst nicht auf. Warum hört das der Hate und das Mobbing und das ganze Geschiss um mich herum und um die Leute auf mich herum nicht auf? Du hörst nicht auf und deine ganzen Aussagen sind immer noch da, Rainer Löh? Im Prinzip ist es ganz einfach, warum es nicht aufhört. Die Hater wollen nicht aufhören. Mhm. Die Hater wollen nicht aufhören. Die Hater wollen weiterhin streamen. Die Hater wollen weiterhin ihren Mist machen. Ähm, nur der einzige Vorteil, wenn ich kein YouTube, kein TikTok oder keine anderen Plattformen mehr habe, auf denen ich bin, naja. Ah, diese Schmutzplattform TikTok, ey. Der Vorteil, was zur Hölle? Der Vorteil daran ist, dass es nicht mehr so auffällig ist. Wenn ich kein YouTube mehr mache oder kein TikTok, dann fällt, fallen die Straftaten, wie zum Beispiel sowas hier, von den Hatern weit weniger auf. Ja? Mhm. Ähm, wieso? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Du warst ja auch nie wirklich da. Also, du warst ja immer nur in deinem eigenen Haus und Hof unterwegs. Und die meisten Straftaten, die du begangen hast, Reinald, hast du ja auch selber ins Netz gestellt. Aber ja, gut. Verstehe ich. Ja, egal. Es fällt weit weniger auf, dass sie irgendwelche Parkbänke, auf der, wo ich sitze, oder irgendwelche Schilder oder ähnliches verschmutzen und verschmutzen und Sachschäden in Form von 100.000 Euro irgendwo. 100.000 Euro Sachschäden. Wo? Sag mir ein Beispiel, wo 100.000 Euro Sachschaden entstanden sind durch Hader. Wo anrichten. Äh, und es fällt auch nicht so sehr auf, wenn jemand... Kann er nicht. Wird er wahrscheinlich auch nicht. Aber utopisch. Ich weiß nicht, wie er auf 100.000 kommt. Äh, ja, regelrecht in der Psychose oder so getrieben wird. Ich glaube, dass das Teuerste, was die Hader tatsächlich mal veranstaltet haben, ist diesen, diesen Verteilerkasten da umzuhauen. Nachdem Rainerle diese Leute da provoziert hat. Ich glaube, das war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so das Teuerste, was Hader mal an Ordnungswidrigkeiten, Straftaten begangen haben. Würde ich jetzt behaupten. Ich habe beim letzten Mal erzählt, dass ich überlegt hatte, zwischendurch das Astro... Und ich zähle keine Polizeieinsätze. Ne? Denn die sind alle durch Rainerle entstanden. Nicht durch die Hader. Das erste Mal, seit ich 13 bin, überlegt hatte, mich umzubringen. Ach du meine Güte, jetzt geht das schon wieder los. Es gibt ja schon mehrere Videos, in denen Rainerle das gesagt hat, dass er sich das Leben nehmen will. Und es gibt auch schon mehrere Aussagen dazu. Und ich vertrete die Aussage, dass Rainerle damit nur Aufmerksamkeit generieren will. Und was auch schon wieder richtig ekelhaft ist von diesem Menschen. der sagt, ja, das letzte Mal, dass ich mir das Leben nehmen will oder ich habe schon überlegt, mir das Leben zu nehmen und wie ich es dann machen würde. Das ist einfach Aufmerksamkeit, die er da haben möchte. Und das ist so ekelhaft und widerlich. Mensch, wenn ihr wirklich Suizidgedanken habt, dann wendet euch an die Notruf-Hotline im Internet ist sie auf jeden Fall zu finden und sucht euch Hilfe. Anders als Rainerle da. Es gibt immer einen Ausweg. Immer Hilfe. So ekelhaft dieser Mensch, ey. War zu der Zeit von dem Video im August rum. 22. oder 23. August rum war das. Eine Sekunde. Ich habe die Nummer schnell rausgesucht. Wie gesagt, wenn ihr solche Gedanken habt, spricht mit jemandem oder sprecht mit jemandem und ruft auch gerne diese Telefonseelsorge an. Die Nummer seht ihr hier eingeblendet. Es ist halt nicht immer nur Hass und Hetze was für verbreiten, sondern ich will Rainerle auch nicht tot sehen. Ganz klar. Ich will Rainerle nur leiden sehen. Wirklich. Das jetzt moralisch anders ist. Muss jeder für sich selber entscheiden. Beziehungsweise jeder muss ja sehen, wo er im Game was macht. Aber dieser Mensch will einfach nur Aufmerksamkeit erhaschen. 22. oder 23. August rum war das. Da bin ich ernsthaft auf die Überlegung gekommen, dass ich mich umbringen würde. Das war damals so. Ich bin aber nicht der Typ, der sich umbringt, weil er das Gefühl hat, dass du ihn die ganze Welt hast. Ich habe absolut keine Psychosen und ich habe auch kein Interesse daran, mich umzubringen. Aber die Sache ist die, ich stehe mit dem Rücken nicht nur zur Wand, sondern in der Ecke. Sicherlich, Rainerle. Das stimmt doch gar nicht. Du hast doch selber gesagt, du hast Geld. Geld ist nicht das Problem. Du tust nur nichts. Du könntest da weggehen. Du bleibst aber irgendwie immer nur in Alt-Schauerberg-Emskirchen hängen, weil da halt Leute sind, die du in irgendeiner Form kennst. Aber eigentlich hält dich da doch gar nichts. Geh doch in irgendein anderes Café, in irgendein Ort, in irgendeine Pension oder was weiß ich, such dir irgendwo ein altes Bauernhaus, wo die Leute ein Zimmer vermieten, wo die dich nicht kennen und miete dich da ein. Man muss ja nicht irgendwo in der großen Stadt sein, aber du kannst ja irgendwo in irgendeinem, wie gesagt, Dorf neu anfangen. Dann suchst du dir da ein Zimmer, mietest dich da ein und hast dann erstmal eine Bleibe. Du hast ja, wie du gesagt hast, 100.000 Euro durch dein Hausverkauf bekommen. Die können ja nicht schon weg sein, oder Rainerle? Und vor mir sind irgendwie 100.000 Dobermänner, 100.000 tiefe, unendlich tiefe Löcher, Stachellöcher, Haie und ich weiß gar nicht was noch alles. Ich habe hier und da Möglichkeiten noch was zu machen. habe hier und da noch Möglichkeiten etwas zu unternehmen. Was denn, Rainerle? Also momentan sehe ich oder höre ich dich eigentlich nur davon reden, dass du zum Landratsamt gehst, zum Arbeitsamt, zur Bürgermeisterin und die sollen dir gefälligst helfen. Das ist so das Einzige, wovon du redest. Aber ansonsten sehe ich da irgendwie keine Eigeninitiative von dir, dass du da mal irgendwas tust. Ich habe Chancen, die andere nicht haben. Jetzt ist die Sache aber die, alles was ich so mache an Videos, an Livestreams, an Geschichten, an allem, was ich so erlebt habe, alles was ich so gesagt habe, alles was ich so gemacht habe, alles was ich so tue, sage, mache, möchte und so weiter. In welcher Form auch immer. Ich habe Möglichkeiten, die andere, die unter Mobbing leiden, nicht haben. Du Schwafler, du bist doch echt. Ja, Reinharder, du zeigst im Internet, dass du nicht gemobbt wirst, sondern dass du einfach nur gemieden und gehasst wirst. Ich habe Möglichkeiten, die andere nicht haben. Zum Beispiel, ich kann mich hier hinsetzen und ich kann streamen. Ich kann sagen, was mir passiert ist, ich kann sagen, was mir angetan wird, ich kann sagen, was da tagtäglich los ist. Das können andere auch, Reinharder. Aber die müssen das ja nicht unbedingt in die Weltöffentlichkeit hinaus posaunen. Beziehungsweise, wie gesagt, dieser Mensch wird nicht gemobbt. Der bekommt einfach nur die Reaktion auf seine Aktion, die er die ganzen Jahre im Internet getätigt hat. Ja, unglaublich viele Menschen, die mir zustimmen, die sagen, ja, es ist so, oder hey, kann ich nachvollziehen, oder ja, ich verstehe das, oder du hast vollkommen recht, oder ich habe das auch schon erlebt, oder ich habe das auch schon gesehen, oder ich habe das auch schon gemacht, oder ich habe das auch schon gehabt. Nein, kann ich mir nicht im entferntesten vorstellen, Reinerle. Ich habe so viele Menschen um mich herum, die unter Mobbing leiden, ja. Der labert schon wieder, das ist unfassbar. Aber bei denen bekommt es keiner mit, es bekommt keiner mit. Achso, bei denen bekommt es keiner mit, und helfen kannst du denen auch irgendwie komischerweise nicht. Reiner, was machst du denn mit der Kamera? Meine Güte, halt die doch mal still. Wirklich. Und du kennst keine Leute, Reinerle. Du hast schon so oft gesagt, dass du keine Freunde und keine Familie mehr hast. Also wo kommen plötzlich diese hunderten von Leute her, die auch unter Mobbing leiden. Das ist wieder nur absoluter Scheiß, den du da redest. Damals wie heute. Mobbing absolut uninteressant war. Das hat keine Sau interessiert. Niemand hat sich dafür groß engagiert. Natürlich, also es gibt so viele Hilfsorganisationen gegen Mobbing, Reinerle. Und an den Schulen gibt es auch Präventionsmaßnahmen, gegen Mobbing. Gruppensitzungen, da kommen sogar teilweise echt Pädagogen rein, in Schulklassen, um denen dann auch zu helfen. ...defür engagiert haben, naja, das waren müde Gäner, so für viele. Deswegen hat er ja auch gesagt, gebt kein Geld den Anti-Mobbing-Organisationen, sondern gebt es lieber mir, Reinerle, denn ich setze mich wirklich gegen Mobbing ein, hat er ja gesagt. Da könnt ihr wirklich was bewirken. Und dann kauft er sich diese ganzen Ja-Produkte, Fressi und was weiß ich nicht alles, Mist. Und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, ich habe es in der letzten Zeit immer wieder gesagt, ich habe es auch in meinem Video an der Seite links und rechts hingeschrieben, weil es ein Handy-Video war, habe ich das ein bisschen anders aufgebaut. Dieser Text da, das war quasi nur deine Schallplatte in Schriftform. Denkt mal folgendes, die Hater sagen, hör endlich auf mit YouTube und dem ganzen Zeug, dann kriegst du dein Leben in den Griff. Ja, ist ja auch richtig, Reinerle. Hör auf mit dem Internet. Meine Güte. Was ich mir letztens über heute oder gestern, ich weiß gar nicht mehr, ich habe auf jeden Fall letztens den Gedanken gehabt, wo Rudis Führerschein aufgetaucht ist, warum Reinerle nicht einfach Fernfahrer wird. Ich denke mal, da würde ihn das Arbeitsamt auch für umschulen, dass er dann Trucker macht, ähnlich wie sein Vater. Das wäre so ein Job, den ich mir vorstellen könnte. Klar, er müsste erstmal diese MPU bestehen, aber ist jetzt auch kein Ding der Unmöglichkeit und dann müsste er halt einen LKW-Führerschein machen. Ist jetzt auch schwierig bei Reinerle, weil wir haben gesehen, wie er fährt und es ist sowieso ein Wunder, dass er den Führerschein fürs Auto bekommen hat, ist aber jetzt auch kein Ding der Unmöglichkeit, würde ich mal behaupten. Wenn er sich denn zumindest mal hinsetzen würde und auch wirklich was machen würde. würden wollen. Weil alles andere körperliche Arbeit kann dieser Mensch nicht mehr leisten, geistige Arbeit sowieso nicht und wenn, dann bleibt höchstens noch sowas oder dann halt Schrauben sortieren irgendwo in der Lulli-Werkstatt. Und selbst das wäre ja noch okay. Dann könnte er halt da arbeiten, hätte zumindest wieder einen geregelten Tagesablauf und könnte sich dann halt weiter und weiter hocharbeiten. Ja. Aber das will er ja nicht, weil er einfach nur faul ist wie sonst was. Und andere haben sich gefälligst um ihn zu kümmern. Wie? Wie sollte ich, ohne dass ich, wie sollte ich mein Leben in den Griff kriegen ohne YouTube? Oder ohne Livestreams? Oder ohne TikTok? Oder ohne Videos? Ohne Streams? Ohne Musik? Ohne meine ganzen Sachen, die ich mache? Ohne meine Bücher, die ich schreibe? Ohne meine Musik, die ich mache? Ohne meine Videos? Musik hast du schon gesagt, Reinerle. Und Bücher? Wo hast du dann durch die Bücher Geld verdient? Diese Bücher, ey. Boah. Und Musik kannst du ja immer noch raushauen. Ist ja kein Problem, hört halt keiner. Aber von mir aus, schreib so viele Songs, wie du willst. Aber hör auf, im Internet zu provozieren und die Leute zu belügen und zu betrügen. Videos, die ich drehe? Wie? Ich kann nicht normal arbeiten gehen. Ich kann ja nicht mal eine Nacht in einem drausenden. Herr Reinerle, du bist aber auch wirklich die personifizierte Opferrolle. Mensch. Also es ist natürlich auch einfach zu sagen, ich kann nicht, ich kann nicht. Anstatt das einfach mal zu versuchen und zu machen. Aber das willst du ja nicht. Leben verkackt. Ja, ich habe mein Leben verkackt. Ja. Durch YouTube. Ja. Ja. Keiner. Mensch. Das ist, glaube ich, der erste vernünftige Satz aus deinem Mund überhaupt. Du hast dein Leben verkackt durch YouTube. Richtig. Und zwar die ganzen verdammten Jahre. Wow. Ich bin stolz auf dich, dass du diese Einsicht endlich mal gefunden hast. Und jetzt bin ich dazu gezwungen, es zu benutzen. Nein, bist du nicht. Wie gesagt, du kannst ja noch umschulen zum Trucker zum Beispiel. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen. Oder was weiß ich, irgendwas anderes. Aber du, es ist natürlich das Einfachste, sich da hinzusetzen und zu sagen, kann ich ja nicht. Geht ja gar nicht. Wie denn? Was soll ich denn machen? Ich kann es ja nicht. Anstatt es einfach auch zu versuchen. Diese Opferrolle, die ist halt schön einfach und easy. Ich kann nicht von YouTube weggehen. Ich kann nicht von TikTok weggehen. Ich kann nicht aus dem Internet oder aus den Plattformen weggehen, weil ich danach pleite wäre oder bin teilweise jetzt, weil ich eben hier und da eben nichts gemacht habe. Ich bin momentan, passt auf, hätte ich mein Haus nicht verkauft, ich hatte Was? Was jetzt? Ach, dieses Gesicht, ey. Meine Bitte. cool. Was denn? Was ist cool? Ich muss ein bisschen erschrocken, weil es sehr laut war gerade. Ich muss mal eine Familie gehabt, Onkels und Tanten, mit denen ich zu tun hatte, die alle nichts mehr von mir wissen wollen, wegen YouTube und wegen den ganzen Hatern um mich herum. Ja, Rainerle, und da hättest du vielleicht schon die Reißleine ziehen müssen und können damals, aber nein, du wolltest ja der große YouTube-Star sein und hast ja auch gesagt, ich schaffe das hier, diese ganzen Leute, die können mich mal. Du hast deine ganze Familie vergrault, du hast deine ganzen Freunde vergrault und das heißt, du hattest ein geregeltes Leben, du hattest ein bisschen Kohle oder das heißt ein bisschen, das war schon einiges an Geld, ein eigenes Haus, einen eigenen Hof, du hättest ein Easy Life gehabt oder beziehungsweise du hast einen sehr guten Start für ein Easy Life gehabt, wenn du denn immer noch ein bisschen gearbeitet hättest, damit du da den Unterhalt zahlen kannst, beziehungsweise das Haus unterhalten kannst. Es wäre alles kein Problem gewesen, aber nein, du wolltest ja unbedingt YouTube-Star werden, auch entgegen der Meinung aller anderen, weil du ein ekelhafter Narzisst bist und seinen widerlichen Charakter besitzt. So. Ja, du hast dir dein ganzes Leben versaut, wie du es schon gesagt hast, durch YouTube. Ich hatte einen Job, mehr als einen. Ja, in dem bist du immer wieder rausgeflogen, weil du halt ein Dully bist. Ich habe nebenher YouTube gemacht als Hobby. Ich habe meine Videos und meine Streams gemacht. Alles nebenbei. Irgendwann haben Hater angefangen herauszufinden, wo ich arbeite. Nein, das ist schon wieder gelogen. Nein, das stimmt einfach nicht. Du hast irgendwann gesagt, du hast keinen Bock mehr zu arbeiten. Du machst jetzt YouTube Vollzeit. Du drehst dir das wieder hin, als wäre durch die Hater das Einzige, was du hättest machen können, YouTube gewesen. Das stimmt aber nicht. Du wolltest es so. Mein Arbeitgeber belästigt. Nein. So lange, bis ich gekündigt wurde. Nein. Dann bin ich ekelhaft. Er will schon wieder in der Opferrolle sein. Er will schon wieder Mitleid generieren, durch seine ganzen Lügen, die aber auch wirklich nachzuweisen sind. Man kann sich das ja alles in der Drachen Chronik ansehen. Wie er sich damals entscheidet, einfach jetzt Vollzeit YouTube zu machen. Er wurde ja auch rausgeschmissen, weil er ja auch diese Griselkretze hatte. Er hat gesagt, okay, ich kann jetzt nicht zur Arbeit gehen, einfach mal eine Woche, aber halt dann plötzlich zwischendrin auf gemacht und konnte dann mit YouNow meine Livestreams machen und dadurch dann Geld verdienen und habe dann auch so viel Geld verdient, dass ich dann auch nicht mehr darauf angewiesen war, nochmal arbeiten zu gehen. Ja, und wie hast du Geld verdient, Reinholde, indem du andere beleidigt hast, indem du andere runter gemacht hast. So hast du dein Geld verdient. Du hast diese wunderschöne Hater Community von Grund auf selber aufgebaut. Und ich hatte ja auch nicht die Gelegenheit, weil ich in jeder Firma, in der ich war, von irgendwelchen Leuten belästigt wurde. Und das ist heute noch viel schlimmer. Stimmt einfach nicht. Und es ist heute nicht viel schlimmer, Reinholde, das kannst du gar nicht wissen, weil du es nicht versuchst. Ja, ich bin vor kurzem aus einem Hotel geflogen, noch bevor ich überhaupt im Hotel drinnen war. Ja, du Held, weil du da ja auch Hausverbot hast. Wer geht denn auch in ein Hotel, in dem man nachweislich und wissentlich Hausverbot hat? Ist doch klar, dass sie dich rausschmeißen. Weil die mich erkannt haben. Ja. Und dann hat mir der Taxifahrer versucht, hat mir der Taxifahrer versucht zu helfen, dass ich woanders unterkomme. Und er hat auch gesagt, der kann nicht nachvollziehen, dass ich nirgendwo unterkomme. Entweder es war überall voll oder es haben mich mehrere Hotels oder Unternehmen erkannt und wussten dann, wer ich bin und haben gesagt, nö, machen wir nicht. Wollen wir nicht. Ja, Rainerle, wie gesagt, alles, alles das, was du gesät hast, wird jetzt geerntet. Du hast die ganzen Jahre genau darauf hingearbeitet, dass dich die ganze Welt nicht mag, dass dich die ganze Welt hasst und meidet. Kot Midas lässt grüßen. So, und wenn mich schon unterkünfte, ich bekomme keine Wohnungen, weil die Vermieter Angst haben von den Leuten, die dann scheiße bauen. Wie gesagt, geh in irgendein kleines Minidorf, in dem dich keiner kennt. Und miete dich da in irgendein Bauernhaus ein, was ein Zimmer vermietet. Ich kriege keinen Job, weil alle Arbeitgeber Angst haben. Du hast dich doch nirgendwo beworben. Hör auf zu spinnen, Rainer. Dass sie von diesen Leuten angegriffen werden. Ich kann eigentlich so gut wie nichts machen. Ich war die ganze letzte Woche jeden Tag beim Bäcker gesessen, stundenlang, oder bin rumgelaufen oder habe irgendwas unternommen. Man muss sich das mal vorstellen, in dem Bäcker, in dem Rewe, Rewe Zwingel, in dem er die ganzen Jahre davor eingekauft hat, immer wieder. Die werden ihn auch einfach nicht los. Meine Güte nochmal. Und an der Stelle von Rewe Zwingel hätte ich da schon längst eine Drachenlord-Ecke mit den Löschzwergen und Ofenkäsen hingestellt. Aber gut. Weil ich nichts machen konnte. Ich habe Nein, weil du nichts machen wolltest. Du hattest also die ganze Zeit über in diesem Bäcker gesessen, Reinerle, und hast dann teilweise aber auch Videos geschnitten. Hast du ja selber jetzt gerade zugegeben. Anstatt dich mal darum zu kümmern, dass du irgendwo anders eine Wohnung bekommst oder dass du dich irgendwo bewirbst. Schick doch mal Bewerbungen weg. Aber es ist ja auch so schön einfach sich in die Opferrolle zu begeben. Ich war in einem Café gesessen, ich war bei einem Bäcker, ich war auf Parkbänken gesessen, ich bin rumgelaufen und trotzdem jeden Tag wird das Ganze schlimmer und jeden Tag passiert. Wo wird denn das schlimmer? Wurde es bis jetzt nur ein paar Mal fotografiert. Aber das ist halt der YouTube Star Lifestyle den du dir so gewählt hast. Jetzt kann ich ich habe eine Zeit lang auch draußen schlafen können ich habe auch ein zwei Videos aus dem Zelt wo ich geschlafen habe im Zelt Zeig es mir rein oder glaube ich dir nicht Aber auch das funktioniert nicht ich kann nicht irgendwo hingehen und irgendwo im Hotel schlafen im Zelt schlafen weil es kalt wird es wird kalt na dann kommen ja auch keine Radel Videos mehr ich meine es ist jetzt mitten unterm Tag wir haben jetzt 14 Uhr ich sitze hier und ich friere mir jetzt schon teilweise den Arsch ab tja tja Reinhard hättest du dir mal nicht diesen baby blauen Ford Ranger gekauft sondern irgendwie ein Transporter oder ein Wohnmobil du Spinner weil es kalt ist so es ist jetzt nicht arsch kalt oder so ich meine ich werde es überleben ist jetzt nichts was jetzt wenn ich ein bisschen laufe was denn jetzt schon wieder Rainer Rainer das ganze was ist los Rainer dankeschön letzten Ende ist so dass ich da halt nichts gegen machen kann aktuell ich weiß es nicht was ich dazu sagen ist so noch und weiß ich eigentlich auch nicht es ist immer dieselbe platte nur der ort ändert sich das ganze hört auch nicht auf ja wieso auch du hörst ja auch nicht auf was los Rainer steht da jemand belästigt dich dankeschön ja also letzten Endes ist es so egal was ich sage egal was ich mache egal was ich will ich habe mein Leben im Griff gehabt ja ich hatte was wann und wo ich hatte redest du jetzt wirklich von 2013 2014 Rainerle Rainer die Hater sind sehr viel später dazu gekommen ich ich wiederhole mich aber Rainerle hat sich aus freien stücken entschieden kompletter youtube star zu werden er hatte einfach keinen bock mehr auf arbeiten hat er ja auch öfter gesagt er hat ja auch öfter schon beziehungsweise er hat ja in einem stream hat er ja gesagt dass er nicht wie ein dummer bauarbeiter sein will der da schuften muss er ist ja schlauer haus ich hatte ein leben ich hatte freunde ich hatte familie und diese sachen habe ich nicht verloren weil ich dumm bin doch 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 oder weil ich einfach nur scheiße bin doch doch das einzig asoziale in meinem leben also das einzig richtig asoziale in meinem leben sind die hater junge ist okay rein also ist wirklich okay die hater sind wirklich an allem schuld nicht rein oder es geht wirklich genau da weiter wo er beim letzten mal aufgehört hat nur noch krasser dieser mensch lebt völlig fernab der realität ich kann mir sogar wirklich vorstellen dass er das in seinem kopf so denkt dass nur aufgrund der hater hat er alles verloren haus hof familie freunde es ist einfach nur krass und er sagt er hat keine psychose zweifelig ja mensch hat das irgendwo gemacht und jeder mensch wird das auch irgendwann irgendwo mal machen man kann nicht durchs leben gehen ohne sich irgendwo einen feind zu machen das funktioniert nicht aber trotzdem sind diese aktionen einfach total asozial und daneben unglaublich am ende ist es auf jeden fall so dass es schwachsinn ist sowas zu erzählen ja was ja das ist ja auch grober unfug den du da erzählst rein man gibt mir die schuld für das was andere machen und dann soll ich mir das auch noch gefallen lassen hä man gibt dir die schuld weil du der schuldige bist du bist derjenige wohl kaum doch ähm im ernst also ich bekomme keine wohnungen weil irgendwelche leute über mich schwachsinn erzählen oder da permanent dann stress machen weil Leute Angst haben dass die Leute auch vor der Türe stehen so wie sie es bei mir vor dem Haus gemacht haben ja so ähm viele sagen immer zurzeit ja warum hast du dein Haus verkauft hast du dein Haus nicht verkauft hatte ich denn eine Wahl ja hattest du und ich sag dir auch noch mal welche Wahl du gehabt hättest Reinhard in dem ersten Gerichtsprozess war deine Wahl entweder den YouTube Account zwei Jahre lang stillzulegen stillzulegen das heißt du hättest zwei Jahre lang einfach mal die Füße stillhalten müssen und dann hättest du dein Haus und Hof behalten können oder du ziehst da halt weg damit das mit den Hatern aufhört was du dann ja auch gemacht hast du hast dich dafür entschieden für den Verkauf des Haus und Hofs und hast dafür ja auch sogar gut Geld bekommen 100.000 Euro wie wir jetzt mittlerweile wissen und dein Plan war ja ich ziehe von Ort zu Ort in ganz Deutschland nehme Videos auf von diesen Orten quasi Sightseeing mäßig wir erinnern uns und die lade ich dann auf dem Weg ins nächste Dörfchen oder ins nächste Örtchen lade ich die dann hoch damit die Hater nie erraten beziehungsweise nie herausfinden wo ich bin dann hört dieser ganze Hass auf das war dein Plan dass da das Auto jetzt nicht mehr dabei ist ist natürlich auch deine eigene Schuld weil du halt dieses Auto auch erst nach dem Eintrudeln der MPU gekauft hast du wusstest also dass dir der Verlust des Führerscheins droht du bist aber nur ein hagel dummer Knallkopf der das irgendwie nie begriffen hat beziehungsweise bist halt auch stinken faul du hättest nur diese MPU absolvieren müssen was jetzt also nur in Anführungsstrichen ist aber im Grunde wäre es ja auch gar kein Problem für dich mit dem Zug also den öffentlichen Verkehrsmitteln von einer Stadt in die andere Stadt zu fahren du bist ja nicht unbedingt auf ein Auto angewiesen Rainerle das geht auch ganz gut mit dem Zug das kommt dir aber auch irgendwie nicht so ganz in den Sinn ich verstehe auch nicht warum du das nicht machst warum du tatsächlich nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch Deutschland fährst irgendwie bleibst du immer nur da in Altschauerberg Emskirchen und sagst jetzt ja was soll ich denn machen ja du hattest doch deinen Plan warum setzt du den nicht um nein ich hatte keine Wahl weil mir vor Gericht gesagt wurde entweder sie löschen ihren YouTube Account nein nicht löschen stilllegen auch weg weil widerrechtlich gesperrt wurde nein Rainerle du hast die Community Richtlinien umgangen indem du während eines Strikes der andauerte diesen Umgang hast mit einem anderen Account oder äh in den Sie was an Ihrer Wohnsituation kurz gesagt ziehen Sie weg ja richtig zwei Jahre stilllegen oder wegziehen so ähm im Klartext heißt das folgendes ähm na ich hätte äh eben das Haus verkaufen müssen oder meinen YouTube Account für zwei Jahre stilllegen genau nicht löschen und wenn man mal so drüber nachdenkt ist die logische Schlussfolgerung gebe ich meine Arbeit oder meinen Wohnsitz auf ich gebe natürlich den Wohnsitz auf weil wenn ich den Wohnsitz aufgebe einen Wohnsitz kriege ich irgendwie wieder aber ohne Arbeit bekomme ich weder einen Wohnsitz noch eine Arbeit ja sieht man ja wie gut du einen Wohnsitz bekommst und ich kann auch ohne Wohnsitz meine Sachen nicht wieder machen das funktioniert nicht ähm ja und es ist Fakt dass mir vor Gericht im April letzten Jahres wurde mir vor Gericht in in Neustadt gesagt entweder äh sie ändern sie lassen für zwei Jahre YouTube ruhen oder sie ändern was an ihrer Wohnsituation dann bekommen sie eine höhere Chance jetzt wird es gleich laut weil ein paar Vollidioten gleich mit dem Motorrad hier langfahren müssen natürlich auf einem Weg wo sie zu fahren haben mhm ok Rainer Sheriff Rainer äh ja waren das Hater Rainer so entschuldige jetzt habe ich gerade bei der Brille weggeguckt ja wieder mal ein paar vollidiotische Jugendliche die hier rumfahren obwohl es hier eigentlich Rumfahrverbot ist rumfahrverbot rumfahrverbot ach schön Rainer ähm und ich werde die kommen gleich noch zwei, dreimal weil sie wieder dumme Assisten und wahrscheinlich weil sie sehen dass ich hier oder gesehen haben dass ich hier streame okay ähm also sind das quasi Hater lange Rede gar keinen Sinn vor Gericht letztes Jahr im April wurde mir gesagt entweder ich ändere zwei Jahre lang meine Situation mit YouTube sprich ich lasse meinen YouTube Account für zwei Jahre oder ich werde was an meiner Wohnsituation ändern dann besteht die Chance wohlgemerkt nur die Chance dass ich eine Bewährungsstrafe bekomme ja hast du ja auch bekommen Rainer wurde mir von der Richterin und der Staatsanwaltschaft angeboten ändern sie was am YouTube oder an ihrer Wohnsituation und wir geben ihnen eine Chance dass sie ja Bewährung bekommen so der Witz an der Aktion ist dass ich dann als ich im September Oktober oder November ich weiß nicht mehr ganz wann es war äh letzten Jahres dann als ich vor Gericht in Nürnberg dann war äh an meiner Wohnsituation angefangen habe was zu ändern weil ich nämlich meinen den Kaufvertrag für das Haus was anders geschrieben habe an der Wohnsituation gearbeitet habe und dann wollte äh und das hat natürlich kann man nicht innerhalb von ein paar Monaten oder von einem halben Jahr einfach ein Haus verkaufen und sein ganzes Leben auf den Kopf stellen ja Reinerle aber da haben sie halt auch dann gesehen dass es nicht an dem Ort liegt sondern an dir Reiner das gute Staatsanwaltsbärchen hat es schon ganz gut erkannt es ist keine Frage der Zeit äh nee wie hat sie es ausgedrückt ich weiß gar nicht glaube ich kriege es jetzt nicht mehr so genau zusammen aber aber die Kernaussage war halt äh Reiner ist derjenige und solange Reinerle aktiv im Internet vorhanden ist wird es auch immer so weitergehen weil Reinerle ist derjenige der provoziert und belügt und lügt und betrügt so also hat es gebraucht aber der Vertrag war unterschrieben konnte ich alles vorweisen habe ich alles vorlegen können und dann hat die Richterin und die Staatsanwaltschaft äh trotzdem drauf beharrt und wollten mir trotzdem äh drei Jahre Haft geben ohne Bewehrung obwohl ich mich an die Aufregung Kaufvertrag war unterschrieben Kaufvertrag war erledigt alles drum und drüber und alles gemacht und keine Ahnung und sowieso und überhaupt und was war das Ende vom Lied der Richter der dann letzten Endes die Verhandlung gemacht hat hat über diese Wohnsituation eigentlich gar nichts mehr sagen wollen also klar zu dem Zeitpunkt war ich schon aus dem Haus raus zu dem Zeitpunkt war ich schon mit dem Auto unterwegs also hat es da keine große Diskussion drüber gegeben ich habe versucht auch aktiv was an der Wohnsituation zu ändern da wurde aber weder positiv noch negativ darüber gesprochen außer über die Situation dass es negativ ist dass ich so ein Auto habe weil es natürlich sehr auffällig ist und natürlich dadurch wieder sehr viele Probleme entstehen könnten also nicht nur könnten sondern ist ja auch so gekommen dieses auffällige Auto in Babyblau was du dir geholt hast war nicht die beste Idee und dein ich fahre von Stadt zu Stadt und mache dann Videos ja in diesem super auffälligen Auto du wolltest es aber auch wirklich so du wolltest immer gefunden werden und du hast ja auch wieder und wieder die Leute provoziert ich erinnere nur an das erste Video was du gemacht hast als du in diesem Hotel auf dem Bett lagst in Frankfurt am Flughafen du Vollidiot einer der stärksten frequentierten Flughäfen überhaupt und dann sagst du sucht mich doch ihr lieben Haderlein mhm also im Prinzip war es genau das gleiche wieder nur dass es halt dieses mal mein Auto war was ja mobiler war und alles und keine Ahnung aber gut ich habe natürlich letzten Endes dann zwei Jahre Bewährung bekommen da hatte der Richter aber auch wirklich kein Gefallen getan muss man mal so ehrlicherweise sagen anders als im vorherigen Fall bei der Richterin ist es so gewesen dass die das sieben von acht Fällen die es gegeben hat fallen gelassen wurden und das Hauptproblem gab es nur bei einem Fall deswegen ich dann auch die Strafe bekommen habe was ist dann letzten Endes so eine Sache wo ich mir denke was soll ich davon jetzt halten was soll ich davon halten was soll ich darüber denken was soll ich dazu sagen weil letzten Endes eine solche Situation ist schon mehr als strange wenn ihr mich fragt erst soll ich was an meiner Wohnsituation ändern dann passt aber das was ich geändert habe nicht weil du ja auch nichts geändert hast du bist immer noch super auffällig unterwegs du wolltest unauffällig durch deutschland touren du wolltest unauffällig videos machen aber das hast du nicht das hast du einfach nicht du hast nicht das gehalten was du versprochen hast mensch du merkst das einfach auch nicht im prinzip bin ich dazu gezwungen gewesen mein haus zu verkaufen dann habe ich das gemacht und kurz drauf kommt dann das landratsamt und nimmt mir meinen Führerschein weg wegen gefährlicher körperverletzungsanzeigen also ich habe meinen Führerschein das wissen auch viele nicht mein Führerschein wurde mir deswegen abgenommen weil ich eine MPU machen sollte eine MPU sollte ich nicht machen weil ich irgendwie scheiße mit dem Auto angestellt habe oder so da gibt es aber auch gute beispiele das video in dem du auf der wiese rumfährst das video in dem du einfach mal vollgas auf andere leute zufährst da gibt es einige also wenn nicht die Sachen mit der Körperverletzung dann wäre es auf jeden Fall das gewesen wenn ich daneben genommen habe weil ich viel Strafzettel hatte weil ich viel geblitzt wurde oder andere Sachen was verständlich gewesen wäre sondern ich habe meinen Führerschein deswegen verloren weil ich eine MPU machen sollte weil ich Anzeigen hatte zu viele Anzeigen hatte wegen gefährlicher Körperverletzung weil du halt dann auch ein impulsgesteuerter Mensch bist und die Leute sich fragen kann dieser Mensch überhaupt ein Auto führen ohne andere und sich zu verletzen im Straßenverkehr so jetzt wurde ich aber in sieben von acht Fällen freigesprochen interessiert aber nicht ne wieso die MPU ist angeordnet worden und zwar vor dieser Verhandlung in diesem Jahr im Dezember ist diese MPU reingeflattert wenn ich mich nicht irre bevor du dein Auto gekauft hast und natürlich habe ich kein Haus mehr wo ich unterkomme vor allem warum sollten die die dann einfach so fallen lassen es geht ja um Körperverletzung in der Vergangenheit ja auch und trotzdem habe ich meinen Führerschein trotzdem verloren ja natürlich vielen Dank für die ganze Unterstützung trotzdem habe ich meinen Führerschein Auto unterwegs war Quatsch so ein Quatsch da labert er wieder Bullshit hätte im Dezember Januar Februar war er noch in seinem Haus und wegen hier Umzugs Stress oder ähnliches nix da da hat er auch nur auf seinem faulen fetten Arsch gesessen und hat Streams und Videos hochgeladen da hätte er schon längst die MPU absolvieren können und müssen sogar anders gesagt die Situation Situation anders gesagt die Situation ist mal wieder komplett zwanghaft gewesen und ist etwas was aufgezwungen wurde und nicht etwas was natürlich ist die MPU zwanghaft rein alle die wollen halt wissen ob du das schaffst oder nicht entstanden ist dadurch dass jemand keine Ahnung es ist wieder eine Situation so wir zwingen ihn jetzt dazu so und was war jetzt das Ende vom Lied jetzt bin ich nach wie vor trotzdem im Umkreis von Neustadt Aisch Landkreis und Lümskirchen und Bad Rindsheim und so in dem Umkreis unterwegs warum eigentlich warum bleibst du da kommt da trotzdem nirgendwo unter bin jetzt im Prinzip das Problem des Landratsamten und der Gemeinde weil ich halt eigentlich nirgendwo unter komme weil ich keine Wohnung bekomme weil ich auch jetzt ab Montag bin ich vollkommen pleite also was ich dachte Geld wäre nicht das Problem es ist zwei Wochen her in dem du gesagt hast du hast Geld bekommen auch du hast innerhalb eines halben Jahres 100.000 Euro durchgejagt wie Rainerle wie hast du das geschafft meine Güte gut du hast dir dieses Auto gekauft aber das hast du ja auch wieder verkauft mit Wertverlust natürlich seien wir uns da mal ganz sicher aber trotzdem dass du einfach mal so 100.000 Euro durchjagst in nicht mal einem Jahr das letzte Erbe deines Vaters hast du jetzt auch verpulvert weil das Haus wurde dir hinterlassen Haus und Hof und das hast du jetzt natürlich ein bisschen umgesetzt in Geld und das ist jetzt weg oder was ab Montag bist du pleite ich ne ich glaube Rudi rotiert das ist einfach nicht wahr Reinerle wie kann man nur so hagel dumm sein es ist unfassbar so da habe ich wieder vollkommen keine Kohle außer natürlich was ich jetzt hier auf TikTok verdiene heute richtig viel außer das was ich auf TikTok verdiene jetzt zu machen dass ich natürlich nicht hergehe und jetzt hier irgendwie ich weiß auch nicht irgendwie übelst viel Stress habe dann hinterher ja beziehungsweise da viel scheiße passiert weil ich ich kriege keine wohnung weil die hater kaputt machen ich kann nicht mal in einem hotel für eine nacht übernachten ohne dass ich da was ich kann mich hätte mal zum bäcker reinsetzen ohne dass da leute fotografe fotografe machen von mir ja dieser bäcker rein in dem du seit jahren bist geh weg aus old schauerberg und emskirchen verdammt du hast diese leute genug terrorisiert die haben jetzt auch mal ihre ruhe verdient ja also hä was zur hölle was ist das für was zur hölle ist das ok vielen dank für die unterstützung voll krass also was was soll ich da letzten endes machen du bist so ein ekelhafter mensch rein oder wirklich du setzt dich dahin und sagst hier kommt ich bin jetzt euer problem ich hab die ganze zeit die ganzen jahre hab ich euch quasi terrorisiert jetzt könnt ihr auch mal was für mich tun was soll ich da machen was ist das für ein asoziales verhalten das frage ich mich auch was das für asoziales verhalten ist was du an den tag legst landratsamt nimm den führerschein weg landratsamt na ja rein aber die haben dir auch die zeit gegeben zu beweisen dass du den führerschein nutzen darfst findet keine unterkunft für mich und will mir dabei auch nicht helfen warum sollten sie auch du hattest ja nach deiner eigenen aussage genug geld um dir ein haus zu kaufen oder eine eigene wohnung oder ähnliches mit einem auto und alles bla 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 und jetzt bist du plötzlich am montag bist du komplett pleite merkwürdig weil ich jetzt zwischendurch geld hatte jetzt habe ich aber wieder das muss man sich mal vorstellen zu sagen ich bin das problem vom landrandsamt beziehungsweise von der gemeinde ich bin das problem von denen die müssen sich um mich kümmern wehe wehe frau winkel specht ich glaube so heißt sie die bürgermeisterin da ich hoffe sie sehen das ich hoffe sie wissen auch dass dieser mensch die haben dem 100.000 Euro gegeben verdammte scheiße die gemeinde hat sein haus und hof gekauft und die haben ihm 100.000 Euro in den hintern gedrückt und die sind weg die sind einfach weg und jetzt kommt er da an und verlangt man muss sich das mal wirklich vorstellen der verlangt jetzt von denen dass die ihm eine neue bleibe zur verfügung stellen denn das ist echt ich muss glaube ich eine ganz kurze pause machen und mich hier mal kurz abreagieren ok ich hab mal kurz auf ein Kissen gehauen weiter geht's beide wollen nicht Bürgermeisterin sagt mir eiskalt ins Gesicht sie lässt sich lieber verklagen what the fuck ja dankeschön frau winkel specht danke schön wirklich ist unfassbar dass dieser ekelhafte mensch wie gesagt ja ihr habt es ja gerade eben gehört von mir ja also und das ist so das ist so typisch fuck of my life das ist so richtig typisch fuck of my life weil egal wo ich hingehe egal was ich sage egal was ich mache alles was dir zustößt was du verdient und es ist immer noch zu wenig egal was ich will und was ich tue oder sonst was es ist einfach so richtig ass kick oder kick ass oder wie auch immer man das bezeichnen will weil letzten endes egal wo man hingeht egal was man sagt egal was man macht keine chance man kriegt immer ein paar aufs maul man kriegt immer ein paar leute die einem auf den sack gehen hier sollte man mal wirklich durchs gesicht streicheln damit du überhaupt noch was merkst man hat immer irgendwelche assoziaten hater die einen filmen ohne dass man das will und dann schön im live stream ok man sieht ihn zum glück nicht den guten mann dankeschön du spasti so sieht ein hater aus eine richtige hässliche ah scheiße ich muss das video bearbeiten scheiße toll rein alle toll ich versuche da gleich das video zu bearbeiten dass man sein gesicht nicht sieht ich hoffe ich kriege das hin schön im live stream du spaß schau zu dass du dich verpisst du erst mal schön beleidigen sehr gut wie gesagt ich versuche da den guten mann unkenntlich zu machen erst mal schön einen passanten beleidigen einfach auf öffentlich im wege rein alle ich glaube der darf da lang laufen richtig haufen sozialer bastarde genau das meine ich ich sitze jetzt seit 30 31 minuten wie lange geht jetzt der live stream habe ich irgendwo eine zeitangabe hat jemand eine zeitangabe kann mir jemand sagen wie lange der live stream schon läuft keine ruhe das würde mich jetzt mal interessieren gerade 30 minuten also ich sitze jetzt hier an der stelle 30 minuten die leute die natürlich hier wohnen die sich hier auskennen die hier rumlaufen und so weiter die kennen das natürlich und wissen natürlich ungefähr wo ich sein könnte oder wo ich bin und laufen natürlich dann hier vorbei um mir auf den sack zu gehen so einer er ist dann nur vorbeigelaufen er hat nichts gemacht der gute man und ihr habt jetzt auch gesehen es sind jetzt ein paar leute schon vorbeigelaufen während ich hier sitze ja und es ist einfach nichts passiert rein nichts ist passiert das waren jetzt aber alles keine die jetzt irgendwie aktiv fotos gemacht haben das war aber natürlich jetzt einer von denen der fotos gemacht hat ja und man muss sich das ja auch mal vorstellen da sitzt dieser über 200 kilo mensch mit diesem headset auf einer parkbank im wald quasi und filmt sich beziehungsweise hat einen live stream gestartet und redet die ganze zeit man muss natürlich jetzt auch dazu sagen es ist natürlich heute samstag das heißt samstag ist natürlich wieder eine etwas schwierigere angelegenheit da ist ein mensch vorbeigelaufen ein einziger mensch weil natürlich viele leute keine arbeit haben viele leute frei haben also das heißt hier viele leute haben keine arbeit an einem samstag schon arbeit haben aber natürlich frei haben weil er samstag ist oder halt nicht arbeiten müssen weil samstag ist ja ich finde halt auch immer interessant wie die leute mir gegenüber sich verhalten so ja wie denn rein der gute man da hat überhaupt nichts gemacht der ist da nur vorbeigelaufen hat ein foto gemacht von dir du youtuber ex youtuber sorry ich meine der typ stellte sich dahin hat gemeint ich kriege das nicht mit oder was und geht her hin macht ein Foto mit mir und auch sein Foto auf dem armen hauptsache er kann da wieder schon stress machen wo war denn da stress machen was ist das was ist das hier eigentlich für ein quatsch was beruhigen wir uns alle mal ein bisschen wieder keine ahnung habe hier irgendein komisches symbol kopf an kopf superstar keine ahnung was das sein soll ja auf jeden fall das ist das was ich meine das ist so ein richtiger dicker das ist ein richtiger schwachsinn und wie gesagt landratsamt und gemeinde haben naja ich gehe schon davon aus dass sie irgendwas machen oder irgendwas versuchen aber halt entweder einfach nichts hinbekommen oder einfach kein also teilweise kommt es halt wirklich so rüber sie haben keinen bock so und warum sollten die dir auch noch in irgendeiner form helfen Rainerle du hast denen die ganzen jahren ich wiederhole es nicht nochmal komm ganz kurz nur du hast die ganzen jahre hast du diese leute terrorisiert und jetzt sollen sie dir immer noch weiterhelfen nachdem du hunderttausend euro steuergelder durchgejagt hast ich glaube durchaus dass sie irgendwo auch was unternehmen und auch was tun definitiv aber letzten ende ist es so ich bin obdachlos punkt ich bin obdachlos ja dann geh in die obdachlosenunterkunft nach nürnberg das haben sie dir auch angeboten aber das wolltest du ja nicht dafür bist du ja natürlich zu fein der feine her also natürlich ist diese obdachlosenunterkunft jetzt nicht das nonplusultra aber du hast dann zumindest ein Dach über den Kopf und das wird sich auch nicht so schnell ändern Dankeschön und solange sich an der Situation aktuell nichts ändert wird es auch so bleiben und was erwartet man jetzt von mir ich meine ich sitze hier mitten im Nirgendwo ne eben nicht mitten im Nirgendwo Rainerle sondern direkt am Anfang des Pilgerpfads und du weißt natürlich auch dass die ganzen Hater wissen wo das ist meine Güte jeder der mal da gewesen ist und diesen Pilgerpfad gelaufen ist der wird das kennen ähm wenn hier jemand vorbeiläuft bin ich im normalen Verleihse dass die also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass das der Anfang vom Pilgerpfad ist ne meine ich straft mich Lügen aber ich meine das ist da Personen ruhig vorbeilaufen können also ich zwinge mich niemanden auf ich dränge mich niemanden auf dann kommt so ein Typ hierher weiß genau wo ich sitze macht hier Fotos von mir gegen meinen Willen stellt sich hier hin und labert mich dumm an und will mir dann erzählen äh keine Ahnung was er mir was er mir erzählen wollte und dann denke ich mir halt letzten Endes so Alter was geht denn hier ja ja und dann kann man ihn natürlich erstmal schön beleidigen anstatt ganz normal mit den Menschen zu reden die da auch auf diesem öffentlichen Wege unterwegs sind Reinhard denn die dürfen da auch unterwegs sein was und du hast ihn zuerst gefunden würde ich jetzt mal sagen du hast ihn im Livestream deinem Publikum präsentiert mhm schön datenschutzkonform ne mein Lieber geht hier das ist das für ein Schwachsinn man kann doch nicht hergehen und einfach irgendwelche Leute gegen ihren Willen belästigen hast du doch gemacht wie gesagt du hast diesen Menschen gerade in dem Livestream gezeigt äh und dann auch noch sagen so ja du bist aber voll der sehr schön ja da hat äh TikTok einfach mal den Livestream beendet tja Rainerle selber schuld ne erstmal schön die Leute beleidigen diese Leute zeigen im Internet ne da passiert jetzt auch tatsächlich glaube ich nichts mehr mhm nö das war's und jetzt noch paar Minuten Ende ja schön sehr schön gut gemacht TikTok das war's auch schon ne er wurde weggebannt schreiben schreiben sie ja auch im Chat von Inge ja dann werde ich jetzt dieses Video tatsächlich mal bearbeiten müssen ist auch schon lange nicht mehr vorgekommen dass ich das machen muss und werde versuchen da das Gesicht von dem guten Herrn unkenntlich zu machen muss ja nicht sein dass er da irgendwo noch gezeigt wird und äh dann werden wir irgendwann mal mit den mhm Discord Leaks weitermachen sofern Rainerle jetzt nicht heute noch irgendwas ins Internet feuert würde ich mal behaupten und dann hören wir uns das nächste Mal ne ihr Lieben Metal Off